Bei Schlaflosigkeit hilft es, in erster Linie auf die Schlafhygiene zu achten, also regelmässige Bettzeiten einzuhalten, aber auch für einen Zustand zu sorgen, dass der Körper sich entspannen kann, anzufahren kann. Und ich denke vor allem bei den jugendlichen Ausschalten des technischen Geräts, also auf dem Handy und auch auf dem Laptop. Weil oftmals ist es so, dass Jugendliche das Gefühl haben, sie müssen immer erreichbar sein und sie möchten auch hören, wenn etwas reinkommt, wenn ein WhatsApp kommt oder wenn mich jemand anskypt, möchte ich das mitkriegen, auch im Schlaf. Und das ist natürlich sehr hinderlich für die Entspannung und für den Schlaf. Also, dass man in erster Linie auf eine gesunde Schlafhygiene achtet und dann gibt es auch verschiedene Entspannungsjöbungen, die hilfreich sein können. Zum Beispiel PMR, progressive Muskelrelaxation. Da kann man sich zum Beispiel mal auf YouTube eine Anleitung suchen und mal ausprobieren oder auch autogenes Training helfen, um sich zu entspannen und so den Körper in einen schlaffördernden Zustand zu bekommen. Und ausserdem kann man auch diesen Gedanken schaffen, die die Schlaflosigkeit auch oft aufrechterhalten, indem man sich sieht, ob ich jetzt mal Nacht nicht schlafe, bin ich am nächsten Tag gleich leistungsfähig. Oder so probiert, die Gedanken zu entkräften. Die Gedanken, die eigentlich den Stress aufrechterhalten. Oder dass man sich sieht, wenn ich nur fünf Stunden schlafe, bin ich erholt. Oder wenn ich mal nicht schlafe, wenn ich mich trotzdem probiere zu entspannen, kann sich der Körper regenerieren. Also, dass man mit diesen Gedanken den Druck, schlafen zu müssen, reduziert. Ich Moment sind ja ein bisschen und schlafen. Sogar wird es nach 8. Und jetzt geht's. Das ist das Bait. Da ist das Bait. Ich habe das Bait. Da habe ich mich mit! Da wird die Ne�. Da wird es an.